Hallo und willkommen zurück bei StarCraft 2. Ich frage mich, also ich hätte gedacht so, wenn das wirklich jetzt die letzte Schlacht sein soll. Also so in der letzten Schlacht hätte ich zumindest erwartet, ich kann mich ja nicht erinnern, zusammen mit Kerrigan und Rayna zu kämpfen. Mit der Zeit werden sie das vielleicht. Ich hatte stets Angst davor, unsere alte Identität zu verlieren. Doch die Zusammenarbeit mit den Tal der Riem und den Richtern hat mir gezeigt, dass dies unausweichlich ist. Traditionen müssen sich anpassen, genau wie wir. Vielleicht wird einstmals der Tag kommen, an dem wir den Pfad der Schatten hinter uns lassen, so wie ihr die Kala und das Kastensystem aufgegeben habt. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen, um wirklich ein Volk zu werden. Das ist auch meine Meinung. Ihr scheint betrübt über die vielen Verluste, ihr Archen. Wie könnte ich das nicht sein? Doch die Sorge, die ihr spürt, gilt lediglich der schweren Aufgabe, die vor uns liegt. Unser Volk zu überzeugen, sich von dem zu trennen, was ihm am heiligsten ist. Ihr habt mich überzeugt. Mich, für die die Kala mehr bedeutete als alles andere. Ihr wusstet, welche Gefahr die Verbindung zu ihr für uns bedeutete. In der Tat. Obgleich Amor nur selten von mir Besitz ergriff, so war es doch jedes Mal schrecklich. Machtlos musste ich mit ansehen, wie mein Körper seinem Willen gehorchte. Ich kann mir nicht vorstellen, welche unsäglichen Qualen unser Volk dort unten erlitten haben muss. Wie sehr sie sich nach Erlösung sehnen. Selten. Das war jede zweite Mission. Ich habe hier immer noch nichts Neues. Ich lasse aber alles so. Das ist schon alles gut so. Hier reich, es ist vollbracht. Ist der Xel-Nager-Stüsselstein bereit? Ja, ich kann jedoch nicht sagen, ob der Effekt lange genug anhält. Er ist unsere einzige Option. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Zeit ausreicht, um unsere Brüder und Schwestern zu überzeugen. Ganz egal, was auch passieren mag. Wenn wir sterben, dann sterben wir alle als Templer. Und dafür danke ich euch. Für euer Vertrauen in mich. Es war mir wahrhaft eine Ehre, euch zu dienen, ihr Reich. Vor allem da die Prophezeiung doch sagte, dass nur die Königin der Klingen ihn aufhalten kann. Es ist mir eine große Ehre, euch näher kennengelernt zu haben und euch Freund nennen zu dürfen, Artanis. Nicht nur aus meiner Erinnerung heraus, sondern aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Phoenix, mein Freund. Unsere Reise ist noch nicht am Ende. Wenn wir diesen Tag überleben, dann erwartet uns die ruhmreiche Aufgabe, eine neue Zivilisation aufzubauen. Und dabei werde ich eure Hilfe benötigen. Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Doch ich möchte nicht länger den Namen Phoenix tragen. So? Ich schätze mich glücklich, meinem Namen frei wählen zu können. Von nun an werde ich Talanda heißen. Talanda, der ein starkes Herz besitzt. Ein passender Name. So sei es. Es ist mir eine große Ehre, euch nicht. Ich dachte, er sagt jetzt was Neues, weil er jetzt einen anderen Namen hat. Talanda. Es ist wirklich bemerkenswert, wie vieles Leben ist. Wie viele Wege ihr findet, unsere Zeit zu verschwenden. Natürlich. Es gibt immer Wege, Zeit zu verschwenden. Der Schlüsselstein ist bereit, Hierarch. Wir erwarten euren Befehl. Carax, stellt eine Verbindung mit unserer gesamten Flotte her. Ich möchte zu den Templern sprechen. Okay, setzen Sie Erlösung. 20 Schiffe der Goldenen Armada mit dem Bordwaffen der Schwer der Erdun außer Gefecht. Okay. Hört mich an, meine Brüder. Uns bleibt nicht viel Zeit. Alles, was von unserer Zivilisation verbleibt, sind die Krieger an eurer Seite. Und jene in Amons Gewalt unten auf dem Planeten. Einst waren wir die Bewahrer einer Galaxie voller Hoffnung. Hochmut und Zwist ließen uns diese heilige Aufgabe vergessen und brachten uns Ruin. Die Kala, die uns Einheit geben sollte, begünstigte diesen Unfrieden. Was sie versprach, war eine Lüge. Heute müssen wir diese Lüge beenden und gleichzeitig unsere Vorurteile und Anmaßungen hinter uns lassen. Denn wir kämpfen in dem Glauben, dass unsere Spezies noch nicht vor dem Ende steht. Dass wir Protos vereint stehen im Glauben an unsere Einigkeit. Und dass wir Protos eine mächtige, neue Zivilisation gründen werden. Steht zusammen im Kampf, der uns erwartet. Kämpft vereint. Lasst uns eine Schnapp schlagen, an die sich spätere Generationen in Ewigkeit erinnern werden. Keiner macht mit. Der Schlüsselstein ist in Position, ihr Reich. Es wird einige Zeit dauern, bis er seine volle Kraft erreicht hat. Die Nerazim stehen bereit, Atanis. Wir werden den nördlichen Tempelzugang halten. Die Richter und ich werden den südlichen Zugang verteidigen. Die Hauptfront gehört mir. Jetzt wird Amon meinen Zaun spüren. Meine Truppen werden den Schlüsselstein und unsere Stellung verteidigen. Wir werden eure Krieger verstärken, so gut wir es können. Ihr Reich, wir sind von den Zerg umzingelt. Aber wo ist die Goldene Armada? Durch das Zerstören der Psi-Matrix konnten wir sie kurz aufhalten, aber... Amon wird sich uns mit der gesamten Macht der großen Flotte entgegenstellen. Daran besteht kein Zweifel. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir sind die Daila. Vereint und stärker als je zuvor. Entaro, Entaro-Adun, Entaro-Tassadar, Entaro-Zeratul! Arthanes, eure Exekutoren werden die Tempelzugänge nicht ewig verteidigen können. Haltet euch bereit, sie zu unterstützen. Ihr habt nicht ge... Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, also wir spinnen. Gas sollte jetzt erst mal kein Problem sein. Okay, ich kann an den Seiten oben Verteidigung drauf bauen. Das werde ich auch machen. Der Feind nähert sich. Nerasim, haltet eure Warp-Klingen bereit. Wir werden nicht nachgeben. So, ich spare Energie, weil ich muss ja mit den Bordwaffen geplatt machen. Arthanes ist ja nicht hier, ne? Ich setze den Anfang komplett auf... Produktion. Ich existiere. Oh, das sind sogar meine Verteidigung... Verteidigungstürme. Amon will uns von allen Seiten unter Druck setzen. Zeige dich, Gefallener, und stell dich, Alarak, dem Hochlord der Taldarim. Versteigen dich, Gefallener, und stell dich, Alarak, dem Hochlord der Taldarim. Ich bin... So, du wirst bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich werde Buße erfahren. Ich gehe aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich diene. Amon greift den Schlüsselstein mit den mächtigsten Schiffen der Armada an. So sehr es mich schmerzt. Wir haben keine andere Wahl, als sie zu zerstören. Und 20 davon muss ich mit meiner Fähigkeit zerstören. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ich habe nicht genügend Mineralien. So, jetzt muss ich wieder aufladen. Du behauptest, du würdest dein Volk retten. Doch sieh dich an. Du schlachtest es ab. Dich erwartet nichts als Leid. Hier ist schon. Hier ist auch. Hier muss noch. Hier und da. Und dann können wir mal anfangen, hier wieder rein zu ballern. So, upgraden. Die Basis eurer Veröffentlichung wird belagert. Ich habe nicht genügend Mineralien. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Die bauen ja hier an sich keine Verteidigung. Ja. Altanis. Die Goldene Armada greift die Schwer des Ardun an. Ich werde euch unterstützen, wie ich nur kann. Aber wir tragen schwere Schäden davon. In dieses Schiff habt ihr eure Hoffnung gesetzt. Euer Vertrauen wird enttäuscht werden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der Gegner sendet unzählige Truppen den zentralen Weg hinauf. Die Taldarim werden Verstärkung brauchen. Schickt mich in die Schlacht. Der Gegner. 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 dem Tod entgegen so will es die Kettel wenn er weiter so vorrückt, dann ich diene bis in den Tod eine weitere Flotte von Schiffen nähert sich dem Schlüsselstein wir müssen sie zurückschlagen natürlich, genau dann, wenn ich jetzt hier kein Dings hab ich darf das wirklich dafür nicht ausgeben lasst sie geradewegs in unsere Kleinen laufen Upgrade durchgeführt Wir sind eins Basis wird angegriffen Ich werde mich erst mal darauf konzentrieren hier zu verteidigen Ich werde Ruße erfahren Die Basis eurer Verbündeten Ihr seid schwach Machtlos Geht auf Die Speer des Ardun hat einen direkten Treffer erlitten Die Fabrikationsmatrix reagiert nicht Wir können euch keine Verstärkungstruppen mehr senden Basis wird angegriffen Wir rücken vor Wir rücken vor Wir rücken vor Oh Deger Hör auf dich da einzusperren Krieger Eine weitere Welle von Gegnern wird uns bald attackieren Bleibt standhaft Wir werden sie zurückschlagen Geht auf dich Wir werden sie zurückschließen Wir werden sie zurückschätzen Und den Niemann Dich Wir laden jetzt an unsere Klemmen laufen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Feuer des Krieges brennt. Lasst sie geradewegs in unserer Klemmen laufen. Das Feuer des Krieges brennt. Das Feuer des Krieges brennt. Wo es einst Rettung gab, werden jetzt alle von der läuternden Flange verzehrt. Zurückgekehrt. Greife Feind an. Die Offensivsysteme versagen. Das ist schlecht. Sie haben den Hauptzugang eingenommen. Die Taldarien werden überrannt. Eilt Ihnen sofort zur Hilfe. Die Energiematrix des Schlüsselsteins ist zur Hälfte aufgeladen. Wir müssen weiterkämpfen. Ich registriere mehrere nahende Gegnergruppen. Sie greifen zwei Zugänge gleichzeitig an. Ich bin zurückgekehrt. Greife Feind an. Die hoped... ... sind zurückgekehrt. Die ette receptionssysteme aussagen. Da oben ist echt problematisch. Oh, nö, nicht schon wieder, ey. Ihr habt nicht genügt, Basis wird angegriffen. Komm schon. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Träger eingetroffen. Wir sind bereit. Voller Brau. Ich bin zurückgekehrt. Ich werde dieses Universum neu erschaffen, wie es hätte sein sollen. Perfekt. Ich bin zurückgekehrt. 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 Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis wird angegriffen. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Hüllenbruch festgestellt, Defensivraster ausgefallen, dimensionaler Rückruf versagt. Eure Kriegebasis wird angegriffen. Ich kriege auch keine Energie mehr, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das geschafft habe oder nicht. Unsere Feinde setzen uns an allen drei Zugängen zu. Gebt nicht nach! Warte auf Order! Bereit! Der Sieg ist unser! Vielleicht bringt es sogar was, wenn hier noch einer wäre. Weil die haben ja eine riesen Range. Greife Feind an! Greife Feind an! Sascha Kriter! Greife Feind an! Upgrade durchgeführt! Geräusch! Zeltagpon! Wettbewerb Hersehen Mate auf auf Ja, das hier oben ist halt ein Problem, ne? Die Rächer kommen eigentlich auch gut alleine zurecht. Okay, wir haben es geschafft. Erfolg. Erfolgreich. So, ich muss hier auf jeden Fall einen Weg schaffen, äh, lassen. Sonst kommen die da nicht durch. Ich muss jetzt hier einfach noch nachher hier hinten hin. So, und dann werde ich hier noch weiterbauen. Ich hoffe, dass wir die passive nicht wegkriegen. Die ist nämlich stark. Ich meine, die wollen dann alle hier hoch auch, ne? Das ist natürlich ein Vorteil, weil die nicht durchlaufen. Nachteil ist, hier wird dann immer alles zerstört. Ja, die baue ich einzeln. Wo sind eigentlich die Bosse? Also hier ist er, hier ist sie, aber wo ist der von hier? Wir sind bereit. Gut, vielleicht sehe ich den nur nicht, weil... Ist der hier drin? Ihr wünscht zu sprechen. Fahren wir vor. Aber die stehen so gut, deswegen will ich da eigentlich nicht weggehen. Oh, hier, das ist nicht gut. Ich bin zurück. Ich bin zurückgekehrt. Bei den Göttern. Sie steuern ihre Schiffe direkt in die Schwere des Adun hinein. Der Kern ist in einem kritischen Zustand. Hierarch, wir können euch nicht mehr helfen. Ihr habt genug getan, Rohana. Der Schlüsselstein ist bald vollständig aufgeladen. Entzieht euch ihnen so lange wie möglich. Ihr Blut klingt an deinen Händen, Athanis. Falscher Retter. Nein, Trotz bedeutet ihren Tod. Hierarch, ich orte eine riesige Ansammlung von Protoss Signaturen. Amon hat allen besessenen Templern befohlen, den Schlüsselstein anzugreifen. Wir werden standhalten, Charax. Wir müssen... ...durchgeführt. Greife Feind an. Fahren wir fort. Ich komme jetzt von überall. Hier, lad die Schilde wieder auf. Die Energieausgabe des Schlüsselsteins erreicht bald ihr Maximum. Der Sieg ist nah. Verliert die Hoffnung nicht. Greife Feind an. Verteidigung. Guck mal, die greifen sogar an. Die Richter hier. Aber wo ist er hier mit seiner Superfähigkeit? Ja, die habe ich mehr verteidigt als die. Also die haben ja hier gar nichts gemacht. Auch schon am Anfang. Greife Feind an. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ihr müsst zusätzliche Pynonen bauen. Ich bin zurückgekehrt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Greife Feind an. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Fahren wir fort. Der Schlüsselstein ist voll. Die Energiematrix ist aufgeladen. Der Schlüsselstein ist bereit, Hierarch. Krieger! Zieht euch zum Schlüsselstein zurück. Lasst sie kommen. Der Schlüsselstein! Es endet! Lass sie kommen! Seelendis, Templer, befreit euch von Amon. Durchtrennt eure Nervenstränge. Anon, wir sind eins in der Kala. Ohne die Kala, was erwartet uns? Freiheit. Regen. Glaubt. Täuschung. Glaubt. Glaubt. Entitelt. Artenes! Der Gefallene wurde in die Leere zurückgeschickt. Vorerst sind wir frei. Und all das dank Euch. Ich werde den großen Traum unserer vereinigten Spezies verwirklichen. Wir werden die Überlebenden versammeln, unsere Städte neu errichten. Was uns einst trennte, soll fallen und einer neuen Gesellschaft weichen. Gemeinsam werden wir unsere Bestimmungen zwischen den Sternen formen. Keine Hilfe von Terran und Zerk. Traurig. Wie kann das sein? Hier reich, wir empfangen eine nicht autorisierte Übertragung. Sie stammt aus... Ulna! Es ist Kerrigan! Ich nehme an, das ist der Epilog. Jupp. Wie, 71%? Wo fehlt denn hier was? Ein bisschen zauberst schief wahrscheinlich. Egal. Wir haben ja eigentlich, soviel ich weiß, nur einen Bonus nicht gemacht. Oh, okay. Egal. So, Epilog. Nächste Folge. Also, bis dann. Ciao!